Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Drin ist wieder hier. Ich versprich's. Los, komm, lass uns hier abhängen. Hey. Ich bin Stella. Ich hab mich gefragt, ob du mal Lust hast, mit mir und meiner kleinen Tochter mal einen kleinen Ausflug zu machen. Du hast nur Tochter? Ja klar, warum nicht? Wie wär's am Sonntag? Ja, klar. Super. Okay. Dann ruf mich doch die Tage mal an und dann ... warte. Dann mach mir bloß aus. Ja cool. Dann ruf ich dich an. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Und? Volltreffer. Was hat das denn besprochen? Das sollte eigentlich ne Überraschung sein. Apropos Überraschung, der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch wünsche... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte heute mit dir hier hin... Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und rot-weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ach, die lutscht es lieber aus wie eine Kabel-Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt... Das sagt gerade der Riegel. Das war der Riegel. Das war der Riegel. Das ist eine von den Herzen, der Riegel. Im Herzen. Da, die Hofer, der Riegel.